...Häuptling Hölfschrei. Mit meinem Clan an eurer Seite werdet ihr nicht aufzuhalten sein. Die Leere hungert. Gute Arbeiten, Herr Suhl. Bald greifen wir Karabor an. Beschwört den dunklen Stern. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen. Was ist das für eine Monstrosität? Das ist nur ein Bruchteil der Macht des dunklen Sterns. Das werden wir noch sehen. Ich muss zuerst... Samara! Nein! 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 Irel, sei nicht traurig. Ich habe dieses Schicksal nicht gewählt. Aber du, du kannst noch wählen. Nur Mut, kleine Schwester. Ich wache über dich. Samara, ich schwöre dir. Ich werde stark werden und unser Volk schützen. Ich werde kämpfen. Kommt, Champion. Ich brauche eure Hilfe, um diese eiserne Horde zu zerschmettern. Er dr parentheses und zerbrechen. Wir leben das zu fanen. Wir leben.